Der Film wurde 2015 veröffentlicht, gewann die Herzen und erregte die Aufmerksamkeit vieler Zuschauer. Die Handlung des dramatischen Horrorfilms spielt im 18. und 19. Jahrhundert. Die Geschichte handelt von einem buckligen Freak. Er erzählt den Zuschauern, dass er im Zirkus lebt, solange er sich erinnern kann und nie darüber hinausgegangen ist. Neben seiner Tätigkeit als Clown interessiert sich der junge Mann sehr für Medizin, insbesondere für das Studium der menschlichen Anatomie. Manchmal behandelt er sogar Zirkusmitarbeiter. Doch da ist etwas Unvorhergesehenes geschehen. Einmal wurde die Lufthurnerin Lorelei, die die Liebe des Buckligen war, während einer Aufführung am Schlüsselbein verletzt. Und ohne die rechtzeitige Hilfe unseres Protagonisten hätte sie es nicht überlebt. Die Genialität des Jungen wird von dem Medizinstudenten Viktor Frankenstein bemerkt. Und er ist es auch, der das Schicksal des Buckligen bestimmt. Der junge Arzt bietet dem Zirkusartisten an, den Zirkus zu verlassen, aber der Zirkusbesitzer belauscht ihr Gespräch und will den Freak nicht gehen lassen, verband seine Medizinbücher und steckt den Unglücklichen in einen Käfig. Doch am selben Abend kommt ihm Viktor zur Hilfe und rettet ihn vor der Haft. Das hat der Zirkusleiter bemerkt. Es beginnt eine Jagd auf die Flüchtlinge und bei diesem Gelaufe wird ein Zirkusmitarbeiter versehentlich getötet. Den Jungen gelingt jedoch die Flucht. Als sie in Sicherheit waren, sagte der Clown zu Frankenstein, dass er den Zirkus noch nie verlassen hat. Selbst als er zu Viktor nach Hause kommt, ist der Bucklige immer noch besorgt. Und als er einen Arzt mit Operationsinstrumenten sieht, gerät er in wahre Panik. Viktor macht dem Jungen noch mehr Angst, als er beschließt, seinen Buckel zu operieren. Er stellt sich heraus, dass dieser 16-jährige Mann einfach eine große Flüssigkeitsansammlung in den Geweben der Wirbelsäule hat. Also einen Abszess. Der Wissenschaftler lässt den Buckligen ein Stützkorsett tragen und begradigt auf diese Weise seinen Rücken. Dann zeigt Viktor seinen neuen Freund das Haus und gibt dem ehemaligen Clown einen Namen. Jetzt heißt er Igor Straußmann. Gleichzeitig ermittelt Inspektor Roderick Turpin wegen des Verschwindens etlicher Tierorgane sowie eines Totschlags und einer Einführung im Zirkus. Er findet einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen und befiehlt seinem Assistenten Flugblätter mit Bildern von den Verbrechern, nämlich Viktor und dem Freak, aufzuhängen. Wir sehen den erwachten Igor, der einen Zettel von Viktor liest, in der der Herr des Hauses kurz darüber sprach, dass sein Mitbewohner jetzt seine eigene Kleidung und sein eigenes Geld hat. Und schon ist der neugierige Igor auf der Straße unterwegs. Er geht gerade zum Krankenhaus, wo Lorelei sich behandeln lässt, um sie zu besuchen. Auf dem Rückweg bemerkt der junge Mann Flugblätter mit seinem Porträt. Er ist verwirrt und beginnt sich darüber Sorgen zu machen. Als er nach Hause kommt, erzählt er Viktor von den Flugblättern. Beim Abendessen kann der junge Arzt den armen Kerl beruhigen und erzählt ihm, wie talentiert der Bucklige sei und dass er es sei, der ihm helfen würde, seinen Plan zu verwirklichen. Der junge Arzt ist davon überzeugt, dass der Tod ein veränderbares Phänomen ist. Igor ist damit nicht ganz einverstanden, stört es aber nicht. Der Student beschließt, seine Arbeit dem neu gefundenen Freund zu zeigen, wobei er über das Genie des Buckligen staunt. Gleichzeitig erfährt Igor, dass Lorelei einen Spender gefunden hat. Er freut sich, sehnt sich aber gleichzeitig nach dem Mädchen. Eines Abends gehen die jungen Leute in den Club, um ihre Erfolge zu feiern. Dort kann sich Igor mit Lorelei treffen. Das Mädchen erkennt den Freak von früher und ist froh, ihn zu sehen. Und sie hat es sogar geschafft, Viktor Frankenstein kennenzulernen. Diese dreiköpfige Gruppe beginnt, über ihre Pläne und Ideen zu diskutieren. Lustig ist, dass das Mädchen oft den Namen des Wissenschaftlers verzehrt. Nach diesem Abend besteht Viktor darauf, dass Igor die junge Dame nicht mehr trifft, da er sie für sehr kurzsichtig hält. Außerdem lüftet Frankenstein Igor das Geheimnis des Projekts, an dem er beteiligt war. Der Name des Monsters war eigenartig. Gordon. Die Kreatur selbst ist ein Affe, an den andere Tierteile genäht werden. Frankenstein lädt seinen Freund ein, gemeinsam zur medizinischen Hochschule zu gehen und, wie echte Partner, ihre Kreation vorzustellen. Am nächsten Morgen gibt es eine Präsentation des Monsters. Aber zunächst wird der Homunculus nur als ein Haufen verdorbenes Fleisch betrachtet. Beim Aufwachen beginnt aber die Kreatur, den gesamten Hörsaal zu zerschlagen und greift auch Lorelei an, die auf Igors Einladung zur Präsentation kam. Trotz des Chaos beeindruckt das Projekt den reichen Finnegarn sehr. Er bietet den Forschern Zusammenarbeit und Sponsoring im Austausch für die Erschaffung eines neuen Monsters an. Viktor stimmt sofort zu, aber Igor ist von dieser Idee nicht begeistert. Es gibt ein Missverständnis zwischen den beiden Freunden. Der Inspektor setzt seine Beobachtungen fort und kommt zum Tatort in die Hochschule. Er spricht mit Frankenstein und droht sein Haus zu durchsuchen. Wie sich jedoch später herausstellt, hat der Inspektor keinen Durchsuchungsbefehl, weil die Vorgesetzten die Argumente des Inspektors für sehr unseriös hielten. Lorelei versucht, Igor zur Vernunft zu bringen und sagt ihm, dass in den Augen der Kreatur kein Leben misst und dass all dies gestoppt werden sollte. Aber Igor bleibt Viktor treu. Nach einiger Zeit kommt ein böser Vater zu Frankenstein und sagt seinem Sohn, dass seine Theorien und Experimente erfolglos und unbegründet sind und die Nachricht über den Ausschluss von der Hochschule einfach unverzeihlich ist. Viktor versucht das Gegenteil zu beweisen, versichert seinem Vater, dass seine Experimente zu einer neuen Entdeckung führen können. Dies verärgert den Vater jedoch noch mehr und erschlägt seinen Sohn. Der ehemalige bucklige Freak sieht einen Familienstreit, tut aber so, als wäre nichts passiert. Er kommt zurück ins Spiel mit einigen guten Ideen für die Erschaffung eines Monsters. Igor geht mit Lorelei zum Ball und sie haben einen romantischen Abend. Als er nach Hause zurückkehrt, sieht er die Polizei. Die brechen in Frankensteins Haus ein. Igor tritt durch einen anderen Eingang ein und überredet seinen Freund wegzulaufen. In diesem Moment bricht Turpin ein und es kommt zu einem Kampf zwischen ihnen, bei dem der Polizeiinspektor seine Hand in einem Mechanismus eingeklemmt hat. Dies hilft den Genies zu entkommen. Sie treffen auf Finnegan und dieser rät ihn, Schottland zu verlassen und in seinem Landgut weiterzuarbeiten. Igor weigert sich, da er es für eine schlechte Idee hält. Frankenstein ist verärgert und geht alleine. Finnegan beschließt, Igor zu ertränken, da er ihn für unnötig hält. Der Inspektor vermutet jedoch, dass Finnegan ein Kompliz und Sponsor dieser Experimente ist. Unterdessen berichtet ein verletzter Turpin seinem Vorgesetzten von seinen Ermittlungen. Der Sheriff versteht zwar, dass Roderick recht hat, beschuldigt ihn jedoch, das Gesetz in Bezug auf die nicht autorisierte Durchsuchung verletzt zu haben, sodass Turpin aus dem Fall entfernt und in einen Urlaub geschickt wird, um seine psychische Gesundheit zu verbessern. Aber ist der talentierte Zirkusfreak, der die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf sich zog, einfach gestorben? Natürlich nicht. Er überlebte und erholte sich von seinen Verletzungen. Er beschließt fest, Victor aufzuhalten. Deshalb reist er nach seiner Genesung mit Loreley nach Schottland. Victor, der beschlossen hat, seine Kreatur zu beleben, erwartet überhaupt nicht, seinen Freund wiederzusehen. Igor verliert nicht die Hoffnung, Victor aufzuhalten, sogar wenn dieser bereits alle nötigen Geräte anschließt, um den Strom aus Blitzentladungen zu gewinnen. Er sagt Victor auch, dass Finnegan ihn töten wird, nachdem die Forschung abgeschlossen ist. Frankenstein wollte aber nichts hören. Sein Wagnis gelang. Aber die Folgen sind sehr traurig. Als die höllische Kreatur aufwacht, beginnt sie alles zu zerstören. Die Arbeiter, Finnegan und sogar der gottgläubige Roderick, der so verzweifelt versucht, alles zu stoppen, sterben. Die Kreatur ist äußerst gefährlich und das Geheimnis ihrer Stärke ist, dass sie zwei Lungenpaare und zwei Herzen hat. Jetzt haben Igor und Victor eine gemeinsame Aufgabe, das Monster um jeden Preis aufzuhalten. Und nach einem langen Kampf haben sie es geschafft. Durch einen mächtigen Schlag aus der Hand der Kreatur verliert Igor das Bewusstsein. Das Monster stirbt durch die Hände seines Schöpfers, Frankenstein. Am Morgen wacht Igor auf, aber Victor ist nicht mehr im Schloss. Ihm gegenüber steht die schöne Loreley, die lächelt und einen Brief von Victor in ihren Händen hält. Daraus erfährt der Held, dass der junge Wissenschaftler sich entschied, nicht das dritte Rat zu sein und dass es für ihn an der Zeit war, zu gehen und Igor sein eigenes Leben leben zu lassen. Aber wenn Frankenstein noch einmal eine Idee haben sollte, wird er sich auf jeden Fall an seinen Freund wenden, um sich Rat zu holen. Der Brief endet mit den Worten, Igor ist meine größte Schöpfung. Das war alles, meine Lieben. Wenn ihr mehr Videos sehen möchtet, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Like da zu lassen. Bis bald. Das war alles, meine Lieben.